Die Befürworter einer solchen Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung argumentieren, dass dies eine nachhaltigere Lösung für alle wäre, als zum Beispiel eine pauschale Beitragserhöhung für alle Versicherten. Die derzeitige Beitragsbemessungsgrenze führt mitunter dazu, dass Gut- und Besserverdienende einen viel geringeren Anteil ihres Einkommens als Krankenversicherungsbeitrag zahlen müssen, was viele Menschen als unfair wahrnehmen. Auf der anderen Seite spricht dagegen, dass eine solche Maßnahme zu höheren Kosten für Arbeitgebende und Besserverdienende führen würde. Und Arbeitgebende haben ohnehin schon hohe Lohnnebenkosten, die durch die Anhebung noch weiter steigen würden. Die Alternative zur gesetzlichen Versicherung bleibt aber in jedem Fall die private Krankenversicherung, gerade für höhere Einkommen. Ein weiteres Argument dagegen ist, dass durch eine solche Reform andere Maßnahmen zur Verbesserung unseres Gesundheitssystems erst einmal verzögert werden. Wenn ihr genau wissen wollt, was die Hintergründe der Pläne zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze sind, dann schaut in unser komplettes Video zur Krankenkassenreform. Hat euch dieses Video hier gefallen, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.